Jetzt wird sie gehisst. Hast du's? Ich weiß nicht. Ich wünschte, ich hätte ihre Gesichter drauf. Das richtige Bild kann einen Krieg gewinnen oder verlieren. Das hier wird sie interessieren, Sir. Über dieses Bild gerieten die Leute aus dem Häuschen. Das Land war kriegsmüde. Ein Foto brachte fast von allein die Wände. Wir sind da! Los, los, los! Lauf, lauf! Weißt du, warum die nicht schießen? Vielleicht sind die alle tot. Was denkst du, Doc? Denkst du, die sind tot? Captain Severance hat mich gefragt, wer noch auf dem Bild ist. Sie wollen uns in die Staaten zurückschicken. Hier sind die Helden von Iwo Jima! Jeder will euch kennenlernen. Ihr braucht nur ein paar einfache Worte zu sagen. Am besten kauft Kriegsanleihen. Wissen Sie, ich denke, das ganze verdammte Ding ist eine Farce. Wenn wir keine 14 Milliarden auftreiben, ist der Krieg am Monatsende vorbei. Die wahren Helden... Weiter! Weiter! ...liegen tot auf dieser Insel. Als ich das Foto sah und ja wusste, dass er an diesem Tag bei Ihnen war... Ich weiß nicht, warum, aber da fühlte ich mich besser. Es ist albern. Nein, es ist nicht. Ich halte es nicht mehr aus, dass Sie mich einen Helden nennen. Manches, was ich gesehen und getan habe, war nichts, worauf man stolz sein kann. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Untertitelung des ZDF, 2020